Weiter geht's mit der Mission Sieg beim Giro d'Italia. Wir versuchen heute Henry Ullig rauszufordern im Sprint. Nihon Kuro bringt uns dort gerade auf die letzten 8 Kilometer. Berhe hat den ganzen Tag vorne gearbeitet, um diese Gruppe wieder zurückzuholen. Das hat er ganz, ganz stark gemacht. Generell sehr, sehr starke Rundfahrt. 19. Platz für ihn momentan in der Gesamtwertung. Nihon Kuro auf der 25, Manisabayo auf der 27 und natürlich Muassa momentan vorne. Ganz, ganz stark, wie unsere African Cycling Academy hier gegen die Elite der U23 antritt. Natürlich kein Tati Pugacar oder so. Ich weiß gar nicht, ist der nicht erst 23, der Junge? Man weiß es einfach schon gar nicht mehr. Wir ziehen mal das Tempo an. Wir nehmen die Energiegele. Nihon Kuro erhöht das Ganze. Wir schauen mal kurz aufs Finale. Das mache ich inzwischen eigentlich immer. Zu gucken, ob da irgendwo noch eine Kurve kommt. Ja, da vorne kommt eine Kurve. Die sehen wir gerade auch. Die wird allerdings nicht rechtzeitig kommen, um da ein bisschen zu tricksen. Und das bin ich auch gar nicht der ganz große Freund von, auch wenn ich es gerne ausnutze. So, Nihon Kuro geht jetzt durch. Und dann kommt Manisabayo. Kann der jetzt schon lossprinten? 2,2 Kilometer. Wir probieren es mal. Also Manisabayo geht da mal aus dem Windschatten raus mit Muassa am Hinterrad. So, mal schauen. Muassa kommt. Da drüben haben wir Henry Ulik, der wahrscheinlich ein bisschen stärker ist. Ne, dem geht der Tank leer. Aber uns geht auch der Tank leer. Das gibt es doch gar nicht. Also, kein Sprint-Sieg. Leider für Muassa. Dann haben wir Henry Ulik ein bisschen ins Verderben gestürzt, indem wir selber so früh losgegangen sind. Nathan, Nathan, Van de Pitte. Van de Pitte. Keine Ahnung. Das ist doch scheiße auszusprechen auf Französisch. Dann lieber Nicolo Buratti und Gianmarco Garofoli. Das ist doch mal wenigstens ein Name. Also, vierter Platz. Wir verteidigen das rosa Trikot. Da ist der Liam richtig geschockt. Ne, er ist richtig geslockt. Wir freuen uns gleich auf die Triumphfahrt auf der letzten Etappe des Minijiros. So, wir machen hier den Einstieg bei den marokkanischen Zeitwahrmeisterschaften. Ich finde nicht nur das hier spannend. Ich finde auch den Schatten spannend. Also, ich glaube, er ist auf dem Moped unterwegs. Naja, sieht auf jeden Fall ein bisschen strange aus. So viele sind hier nicht mit am Start. Deswegen gehen wir hier mal rein. Da sehen wir alle aus einem Team. Alle aus einem Guss. Und dann kommt hier Eidellabdia, der oben auf der Rampe steht. Die Rampe sieht man halt nicht, aber macht ja auch nichts. So, das Ding ist nicht sonderlich lang. Wir können hier also richtig schön durchballern. Geben wir mal den 85er Wert. Roter Balken darf gerne auch langsam abfließen. Geht hier jetzt sowieso erstmal bergauf. Da können wir ein bisschen schneller reingehen. Dann in der Abfahrt ein bisschen Tempo raus. Kennt man ja das Spiel. Trotzdem ein bisschen anpassen. Hinter uns der gute... Warte, wir starten als letztes. Ja, auch interessant. Das hier ist unser größter Konkurrent. Der Herr Sattki. Der ist immer ein bisschen sad. Und hat deswegen kein gutes Key. So, da vorne geht es schon bergab. Deswegen ballern wir hier nochmal. Dann können wir da vorne ein bisschen... Wie steil geht es denn da runter? Ja, schon sehr. Und auch noch eine Kurve. Deswegen drehen wir hier mal ein bisschen runter. Hier ballern wir durch. Upsa. Hier nicht mehr. Und hier geht es dann wieder weiter. Geht es immer noch so steil bergab? Nee. Eigentlich nicht. So, erste Zwischenzeit. Da kommen wir jetzt gerade hin. Mal schauen. Aydel Abdiya mit der Bestzeit 10.16. Acht Sekunden vor Medubi Lacken. Das heißt aber weiter durchziehen. Mitte 87. Wir müssen schauen, dass wir den roten Balken nicht kaputt fahren. Vor allem, weil es hinten raus nochmal bergauf geht. Damit, da müssten wir sogar jetzt eher ein bisschen was rausnehmen. Da vorne geht es dann gleich in diesen kleinen Schlussanstieg rein. Beziehungsweise hier kommt erstmal eine kleine Kuppe. Können wir hier nochmal kurz rausnehmen. Können wir tatsächlich. Und dann geht es hier weiter. Und vorne geht es in den Schlussanstieg. Also ein Kilometer jetzt nochmal mit der 89. Hier wird die Zeit gemacht. Vorne sehen wir das Ziel. Wir müssen ein bisschen runtergehen. Sollte aber gut werden. Wir sprinten rein und sind im Ziel mit 18.21 vorne. Also marokkanische Zeitfahrmeisterschaft mit 25 Sekunden Vorsprung. Vor Medubi Lacken, Hicham Benusa, Mohamed Sadki. Dann nur auf dem vierten Platz. Sehr schön. Nächstes Meistertrikot. Richtig geil. Freue ich mich. Wir haben auch schon das Burkina-Farsische Zeitfahren gewonnen. Allerdings war da auch nur Paul Doman am Start. Also von daher war das jetzt nicht ganz so berauschend. Jutti. Also weiter geht es. Wir machen dann jetzt wahrscheinlich mit dem Giro weiter. Und wir haben auch ganz interessant. Können wir nochmal kurz drauf schauen. Gleich bei der Slowenien-Rundfahrt sogar die Chance auf den Gesamtsieg. Mit Negazi Abreha, der da eine richtig gute Leistung momentan bringt. Schauen wir dann gleich drauf. Jetzt erst nochmal Finale beim Mini-Giro, beim Baby-Giro. U23. Noch zwei Berge der zweiten Kategorie. Das sollten wir eigentlich locker überstehen. Ein gutes Finale für uns. Wir hoffen mal auf eine gute Tagesform von Erik Mohrsa. Und dann wird das vielleicht der Giro-Sieg. Bergwertung wäre vielleicht noch ganz interessant. Wenn man hier am letzten Berg noch ein paar Punkte einheimst, dann wäre das auch nochmal ein ganz cooles Achievement. Also, let's go. Let's go in Italien weiter. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Also, let's go nach Italien zum Finale. So, wir gehen rein ins Finale beim Giro. Wir machen gerade mal ganz kurz hier vielleicht einen kleinen Zug. Ihr wisst ja, Züge liebe ich einfach. So, Manisaballo, Mohrsa hängen wir hinten dran. Jetzt geht es in diesen Berg der zweiten Kategorie rein. Da wollen wir ein gutes Tempo hochfahren. Vorne eine Minute noch weg, eine Gruppe. Aber wenn wir das hier ganz gut kontrollieren und ja vielleicht auch solche Fahrer wie Henry Ulick, den wir ja sehr schätzen, das ist gar keine Frage. Aber vielleicht können wir ihn ja doch ein bisschen distanzieren. Im Sprint hat er uns eben nicht schlagen können, aber dafür drei andere. Da wäre es mir lieber gewesen, wenn Henry das Ding gewonnen hätte. 20 Kilometer Marke, 5 Kilometer bis oben hin. Wir lassen einfach mal ganz kurz Nihon Kuru von vorne fahren. Schau mal auf die Bergwertung. Wir sind zwei Punkte hinter Unai Asna. Wenn wir uns oben noch ein bisschen was holen würden, dann wäre das ganz gut. Ich weiß nicht, wie das hier vorne ausgegangen ist. Bislang auf der Etappe. Die hatten, glaube ich, da waren sechs Punkte. Ansonsten haben die wenig Punkte geholt. Da müssten wir jetzt aber auch ein ordentliches Tempo bis oben hin hinfahren, um da noch was zu holen. Vorsprung wieder auf zwei Minuten gestiegen. Das ist schon ziemlich viel, um da jetzt noch vorne hinzukommen. Also kann schon sein, dass die sich den Etappensieg holen. Und es sind auch genügend Fahrer vorne für die Bergpunkte. Also da werden wir nicht mehr hinkommen und das Bergtrikot uns sichern können. Nihon Kuru, schauen wir mal, ob der das überhaupt schafft, bis oben über die Kuppe zu kommen. Wir geben ihm mal das Energiegel. Ein Kilometer hat er jetzt noch. Wäre eigentlich ganz gut, wenn er das noch schaffen könnte. Dann haben wir Berhe noch für die letzten 15 Kilometer. Also vorne sehen wir, da ist jetzt der letzte Bergpunkt vergeben worden und es hätte uns ohnehin nicht gereicht, da Simon Dalby sich das Ganze holt. So, Sandri kommt jetzt nach vorne, weil Nihon Kuru platt ist. Hängen ihn mal hinten dran, machen ein bisschen gemäßigtes Tempo. Und schauen mal, was heute hier noch so drin ist. Wie gesagt, Etappensieg, würde ich sagen, geht an die Ausreißergruppe mit zwei Minuten Vorsprung auf zwölf Kilometer. Das sollten die sich definitiv nicht nehmen lassen. Aber wir sollten uns den Gesamtsieg nicht nehmen lassen. Dalby mit 5,49 Rückstand, Draghi mit 6,08. Pirast haben wir hier und dann müsste... Ach, guck mal, Henry Uli kommt. Das ist ja Wahnsinn. Was macht der denn hier immer? Das ist ja wirklich immer genau das Gegenteil von ihm oder das Gegenteil, was man erwartet von ihm. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Probleme mit der Sprache. Das hat man ja gerade vor dem Cut noch gesehen. So, also Henry Uli hat nochmal Bock. Der hat auch nur zwei Minuten Rückstand. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir da nicht noch übertöpelt werden. Natürlich sehr, sehr früh losgegangen. Normalerweise funktioniert das gegen das komplette Hauptfeld nicht. Hoffen wir mal aus unserer Sicht, dass es heute auch nicht funktioniert. Berhe haut jetzt hier nochmal in die Abfahrt rein. Und dann kommt Mani Sabayo. Wir nehmen mal die Energiegele. Mani Sabayo bringt uns weiterhin in Position. So, 1,17 noch der Vorsprung vorne. Und dann können wir hier gleich losgehen mit Mani Sabayo. Ah, ne, Quatsch, sind noch 2,7 Kilometer. Entschuldigung, Mani Sabayo. Hab falsch geschaut. Noch nicht, bitte. Aber jetzt können wir losgehen, weil es kurvig ist. So, jetzt geht meine Stimme weg. Im richtigsten aller Momente. Moassa kommt nochmal. Nochmal eine Kurve, noch eine Kurve, noch eine Kurve. Und vorne Henry Uli liegt dann auf der 2. Aber Moassa wird hier hinter Mani Sabayo 5. Und wir gewinnen den Giro d'Italia der U23. Neon Kuro auch noch auf der 9. Da hatten wir noch viel zu viel Energie. Hätten viel früher losgehen können. Aber Glückwunsch auch an Simon Dalby, der sich den Etappensick holt bei der letzten Etappe. Sehr, sehr nice. Also das macht doch Laune. Und dann gehen wir nämlich jetzt gleich rüber nach Slowenien und versuchen dort mit den EGASI Aprea auf einem etwas höheren Niveau das Ganze dann vielleicht auch für uns zu entscheiden. Da liegt er sehr, sehr gut vor der Bergankunft. Wird wahrscheinlich kompliziert werden, das in Slowenien ebenfalls so gut zu wuppen wie hier. 38 Sekunden. Henry Uli holt sich ein bisschen Zeitbonifikation. Sonst völlig egal. Eric Moassa gewinnt den Giro d'Italia vor Fernando Tercero und William Junior Lisserv. Das ist doch nice. Grüne Trikot geht dann eben an Simon Dalby. Also die Bergwertung. Punktewertung. Boah, ein Punkt. Ein Punkt vor Henry Uli. Eric Moassa holt sich das Ding. Nachwuchsfahrerwertung natürlich ebenfalls. Warum gibt es hier eine Nachwuchsfahrerwertung? Ist ja irgendwie auch völlig sinnlos. Oder gilt die dann irgendwie nur unter 20 oder was? Keine Ahnung. Können wir vielleicht mal gleich gemeinsam noch kurz einen Blick drauf werfen und rausfinden. So, mal schauen. Ja, ist 1 zu 1 dieselbe Wertung. Also da gibt es keinen Unterschied. Ziemlich sinnlos, aber wir freuen uns. Vor allem, weil wir jetzt für den Sponsor einiges geleistet haben. Der freut sich gerade ein zweites Loch in den Piep. So, der Grand Prix Sakya El Hamra klingt irgendwie auch so, als müsste man mal zum Arzt gehen. Boah, ich habe ganz schlimmen Sakya El Hamra. Können Sie sich das mal anschauen? Es suppt schon. Sehr lecker. Ja, so, wer dir meine Folgen beim Essen anschaut, der wird jetzt richtig begeistert sein. So, wir machen mal ganz kurz den Überblick über unsere Fahrer in den einzelnen Werten. Da sehen wir Ebene 68. Da sind unsere Männer aus Burkina Faso richtig stark. Anders Aite Labdia, Bruno Araujo aus Angola. Am Berg ist nach wie vor Negazi Abrea unser stärkster Mann. Da ist Salim Kipkenboy, Erik Manisaballo. Morsa ist da jetzt auch schon stark mit dabei. Bei Villalbera hat es sich gut verbessert. Neon Kuro hat einen guten Sprung nach oben gemacht. Also das sieht schon wirklich gut aus, was die Jungs da zum Teil zu leisten im Stande sind. Also für Continental Pro sollte das eigentlich noch nicht reichen. Also wir werden nächstes Jahr ziemlich sicher Continental fahren. Auch mit dem Exep Debissai wird es da nicht weit nach oben gehen. Zeitfahren und Kopfsteinpflaster ist nach wie vor eine Schwäche von uns. Da ist Negazi Abrea sogar unser bester Mann. Keine Ahnung warum. Im Sprint sind wir in meinen Augen, auch wenn man gerade gleich nochmal ganz kurz in die Dossiers reinschaut, ein bisschen überbesetzt. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht 17 Sprinter im Team haben. Da wäre es mir eher wichtiger, dass wir unsere Schwächen dann eben ein bisschen füllen. Trotzdem große Talente wollen wir natürlich trotzdem verpflichten. Deswegen gehen wir nochmal ganz kurz rüber zu den Transfers. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fahrer jetzt schon gezeigt habe, die ich zusätzlich noch mit reingenommen habe. Das sind jetzt keine blutjungen Fahrer, aber Fahrer noch mit Talent. 27 Jahre. Außerdem haben wir glaube ich noch keinen Fahrer aus Mali. Das fände ich dann auch ganz interessant. Er ist auch der nationale Meister in Mali. Deswegen fände ich das ziemlich cool. Ein guter Sprinter. 27 Jahre alt. Könnte man drüber nachdenken. Momentan ohne Vertrag. Dann haben wir Gatsch Yahoo. Da kann man sich auf jeden Fall auch gleich mal freuen. Yahoo. Gibt es Yahoo noch? Keine Ahnung. Nutzt jemand Yahoo die Suchmaschine? I don't think so. So richtig guter Sprinter könnte das werden. 27 Jahre alt aus Kamerun. Da würde ich gerne mit einsteigen. Dann haben wir Pedro Nduka. Ebenfalls Sprinter. Es gibt viel zu viele gute afrikanische Sprinter. Würde man gar nicht so richtig glauben, oder? Wo man ja immer denkt. So ein bisschen jetzt auch klischeehaft gesprochen. Aber mit Afrika verbindet man halt häufig dann auch die Langstreckenläufer in der Leichtathletik. Also eher längere Distanzen. Und hier ist es jetzt so. Der Angolaner ist ebenfalls ein sehr, sehr guter Sprinter. Genauso wie Abu Sanogo. Da würde ich die Entscheidung an euch weitergeben. Was wir da machen sollen mit den Fahrern. Dann den Rest. Hier habe ich zwei rausgenommen. Also Ayman Merch und Riccardo Sojede. Auch wenn der natürlich aus dem Benin kommt und Meister seines Landes ist. Hat er wenig Talent nach oben. Und er ist natürlich auch schon relativ schwach nur. Wenn man sich das hier in den einzelnen Werten anschaut. Deswegen glaube ich nicht, dass er uns wirklich viel bringt. Hugo Hahn auf jeden Fall. Bei Berkran Jensen bin ich auch unsicher. Weil er eigentlich nirgendwo so einen richtigen Ausreißer nach oben hat. Wo er sich verbessern kann. Und bei Varskyo Armando bin ich auch noch unsicher. Aber das könnte ein guter Ausreißer sein. Es könnte einer sein, der eben in der Ebene einen guten Wert hat. Da hat er ja jetzt schon die 58. So ein typischer Sprintanfahrer. Und mit dem Bild ist er auf jeden Fall bei uns mit am Start. Also das ist der momentane Stand. So sieht es aus bei uns in den Transferdossiers. Hier sieht man auch Einschätzung 6. Ich glaube nicht, dass der Bock hat, zu uns zu kommen. Und wir können ihn uns auch gar nicht leisten. Zwei Punkte sind noch übrig. Wir hätten also dann bis zum Ende der Saison noch 14 Punkte zu vergeben. Ich habe jetzt hier auch angefangen, Fahrer mit 100% reinzunehmen. Weil so viel können wir eh gar nicht verpflichten und ausgeben. Wir wollen einige Verträge verlängern. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht den einen oder anderen Vertrag dann eben doch auslaufen lassen. Wie zum Beispiel von Tesfou Redae, der zwar auch ein guter Sprinter werden könnte. Aber dann würde ich lieber ihn weggeben und dann einen der Fahrer holen, die wir eben gerade hatten. Und er ist ja auch Äthiopien. Äthiopien haben wir mit Negazi Aprea und mit Villalber hier ja ohnehin schon im Team. Und ich möchte hier so viele Nationen wie möglich drin haben. Das wäre auch mein Ziel. Deswegen Mali, Senegal, Kamerun. Da bin ich sofort mit am Start. Zimbabwe. Das wäre richtig, richtig nice. Jetzt machen wir ganz kurz mal den Sprung rüber nach Slowenien. Schauen wir mal kurz in die Ergebnisse rein. Das könnte nämlich, wie gesagt, sehr, sehr interessant werden. Da ist es. So, erste Etappe, fünfter Platz für Negazi Aprea. Da war er in der Spitzengruppe mit drin. Zweite Etappe ist dann im Sprint entschieden worden. Da hatten wir kein Wörtchen mitzureden. Die dritte Etappe war wieder hügelig. Da waren wir dann in der dritten Gruppe mit 19 Sekunden Rückstand. Konkurrenz jetzt nicht ganz so enorm. Aber der fette Erik ist mit dabei. Das ist doch immerhin schon mal was, wo man sich dran hochziehen kann. Medgele Ejob ist mit am Start. Und jetzt geht es eben die vierte Etappe. 152,4 Kilometer Bergankunft. Gesamtwertung. Drei Sekunden Rückstand hinter Jakar Brimozic. Erik Vetter auf der Eins. Fernando Barcelo hier noch mit dabei. Das kann interessant werden. Und unser Sponsor können wir natürlich damit noch mal mehr beglücken, wenn wir jetzt hier bei einem ja nicht gerade kleinen Rennen noch mal richtig abräumen. Also let's go. Ab geht's nach Slowenien. Los geht's. Schlussanstieg in Slowenien. Also gleich geht's los mit dem Schlussanstieg. Wir sind hier noch im relativ flachen, aber das Ding ist super, super steil. Da kommt wieder der innere Pep Guardiola in mir durch. Super, super. Wir haben hier einen Zug gemacht, aber es ist nicht wirklich ein Zug. Also eigentlich ist es nur Kip Campboy, der das Tempo bestimmt. Araujo ist noch ein bisschen vor ihm. Wird ihm da ein paar Körner sparen. Abrea dort an dritter Stelle. Und eigentlich wollen wir hier erstmal nur das Tempo mitgehen der Konkurrenz. Cara Rural hat da richtig Bock. Jetzt wird's dann allerdings auch knackig in den Berg rein. Da erhöhen wir das Tempo mal ein bisschen. Wir haben da Aular, der in der Gesamtwertung eigentlich noch ziemlich gut ist. Cepeda ist hier natürlich noch mit dabei. Der ist 21, ist da mit 47 Sekunden. Die sind so breit aufgestellt, das ist Wahnsinn. Denn Barcelo haben wir hier als Kapitän Vierter mit 5 Sekunden Rückstand. Das wird sicherlich einer unserer härtesten Konkurrenten. Energiegele verteilen wir schon mal an die Kollegen. Auch Araujo bekommt es. Schon mal an den Kopf geworfen. Heute mit einer extrem guten Tagesform. 5 Kilometer Marke ist erreicht. Es bleibt steil. Kip Campboy fährt uns weiter. Das Tempo Araujo, der angolanische Sprinter, macht das hier super gut, dass er dort noch vor Kip Campboy fährt. Jetzt hier auf den letzten 4 Kilometer in den Berg rein. Stark. So, Kip Campboy muss da mal außen rum. Vorne kommt Iolo mit einer Attacke. Kriegt jetzt auch schon mal das Gel. Wir bleiben mal sitzen mit Kip Campboy und fahren da mal außen rum. Solange es geht, bleiben wir hier sitzen. Wird er ungern jetzt eine Attacke reinsetzen. So, Negazi Aprea kriegt dann gleich das Gel. Wir sind noch nicht in diesem super steilen Bereich. So, jetzt ist Araujo gleich durch. Kip Campboy zieht weiter durch. Alter Schwede, die fahren aber auch ein Tempo hier rein. Wir werden da vorne nicht wirklich langsamer. Jetzt müssen wir dann mit Aprea los. Und wir haben noch richtig viel Energie. Jetzt geht es hier oben auf die Schotterpiste. Boah, Alter, die brettern da aber auch durch. Da haben wir viel zu viel Energie eigentlich noch übrig. Schauen, ob wir auf den letzten Metern da nochmal nach vorne kommen. Also viel zu viel Energie, aber es bleibt steil. So, Fahr da vorbei, Junge. Jetzt sind es aber auch nur noch 500 Meter. Kommen wir dann nochmal irgendwie nach vorne. Also da hatten wir noch zu viel Energie tatsächlich übrig, auch wenn das jetzt nicht danach aussieht. Weil in der super Zeitlupe Butiak sich hier den Sieg holt. Erik Vetter dann auf der 2. Da haben wir ein bisschen den Anschluss verloren, weil wir zu slow reingefahren sind. Wir hätten echt hier vorne noch mithalten können mit den Allerbesten. Fernando Barcelo dann auf der 7. Mikel Nieve, ach guck mal, den gibt es auch noch. Mikel Nieve, ja auch mal eine super starke Saison. War das bei Sky? Ich glaube ja, bei Sky war der doch mal bockstark. Und danach hat er es nie wieder so richtig gebracht. Janis Brejkovic gibt es auch immer noch. Auch mal ein Riesentalent gewesen. Nun gut, also das lief jetzt ausnahmsweise mal nicht so gut. Wobei man mit dem 9. Platz bei der Slowenien-Rundfahrt jetzt hier auf der Etappe ja durchaus zufrieden sein kann. Kann aber mit der Plus-5-Tages-Form weiter vorne reinfahren, mutiger reinfahren. Ich habe jetzt darauf gesetzt, dass die Fahrer vorne platt gehen. Aber dafür war der Anstieg einfach auch nicht lang genug. Also da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Kann man machen nix, muss mal gucken zu. Mal schauen, was das für die Gesamtwertung bedeutet. Trotzdem ein guter 6. Platz, zeitgleich mit Metkel Ejob. Das ist eine Ejobs-Botschaft für uns. So, Bergwertung der fette Erik vorne. Nicht unbedingt ein guter Name für den Bergfahrer. Punktewertung der fette Erik. Ach komm, fette Erik. Lass es halt einfach mal sein. Ein bisschen Bodyshaming hier noch beim Radsport geht immer. So, also. Trotzdem, glaube ich, sollte der Sponsor da auch sehr zufrieden sein. Wir sehen ja hier, ist jetzt in den blauen Bereich gesprungen. Ein willkommener Sieg für die Moral. Der erste Saisonsieg des Teams ist eine große Erleichterung für Anas Aytelabdia. Ah, okay. Der negative Einfluss ist verschwunden. Ja, die Fahrer sind alle natürlich ein bisschen sauer, weil sie so unfassbar viele Rennen fahren müssen. Aber das ist jetzt nun mal so, weil ich die Saisonplanung ja ein klein wenig falsch eingeschätzt habe. Das werden wir nächstes Jahr verbessern. Ich freue mich schon auf den 1. August, wenn wir dann auch endlich in die Transfers einsteigen können und auch unser U23-Team gründen. Ich komme hier, wie gesagt, langsam richtig rein. Ich hoffe, ihr auch. Wir sind ja nicht so stetig durch. Jetzt habe ich mal eine etwas längere Aufnahmesession gemacht. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, was sich denn dort so im Talentbereich ergeben hat. Bevor wir beim Grand Prix Plonsk reingehen. Das klingt auch richtig geil. Grand Prix Plonsk. Klingt, als würde was runterfallen. So, wir wollen nicht zu den Transfers, sondern wir wollen es zur Tandentsuche, zu den Berichten. Und dann schauen wir hier mal weiter. Also, ein Gabo Mohirwa ist schon ein sensationell geiler Fahrer. Ich weiß gar nicht genau, wie das dann funktioniert. Also, den müssten wir ja nächstes Jahr wiederfinden, oder? Ein Gabo Mohirwa. Das wird zwar hier komplett gestrichen wahrscheinlich, außer man verlängert den Vertrag mit den Scouts. Ich fände es halt doof, wenn das gestrichen wird, um ehrlich zu sein. Das ist sogar ziemlich dämlich. Ansonsten ist er halt vom Potenzial her der stärkste Fahrer. Adam Aceffa und Ali Legese. Da könnte man schauen, dass man die holt. Amazukun haben wir darüber geredet. Die würden dann natürlich eh erst mal ins U23-Team gepackt werden. Das wir aber erst noch gründen müssen. Und ich hoffe mal, wir können überhaupt Fahrer aus dem Scouting nehmen, obwohl wir noch kein U23-Team gegründet haben. Das wäre natürlich dann alles sehr ungünstig. Aber nun gut. Also, Burkina Faso, National Road Championships, ist jetzt gleich das nächste Rennen noch. Den Grand Prix Plonsk, den machen wir gerade mal gemeinsam weg. Ist mir persönlich auch ziemlich wurscht. Und ich nehme einfach mal die Fahrer mit den wenigsten Renntagen in den Beinen, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Hamza Mansouri holt sich wahrscheinlich den Sieg. Ne, aber er wird 67. 20. Erik Morser bleibt gut drauf auf Platz 69. So, und dann holen wir uns, glaube ich, jetzt noch schnell den Meistertitel in Burkina Faso ab. Ne, immer noch nicht. Nach Slowenien. Die letzte Etappe. Oh, da hügelig mit Kopfsteinpflaster. Wenn ich das wegsimuliere, dann kriegen wir, glaube ich, nochmal richtig eine auf den Sack. Da bin ich mir unsicher, ob wir das machen sollten. Also, dann gehen wir vielleicht hier nochmal rein. Am Berg der dritten Kategorie kann man ja vielleicht sogar eine kleine Team-Taktik reinballern, wenn die Tagesform gut ist. Also, da machen wir den Abschluss in Slowenien. Dann würde ich wahrscheinlich danach auch mal ein kleines Päuschen machen. Letzten zwölf Kilometer. Wir machen hier mal den, ja, Bike Aid Zug. Ohne Bike Aid. Wir machen hier unseren African Cycling Academy Zug. Versuchen hier ein richtig hohes Tempo reinzuballern in diesen Berg der dritten Kategorie, um vielleicht Sprinter abzuhängen. Mal schauen. Vielleicht können wir da sogar eine Lücke reißen. Karahoral macht allerdings noch höheres Tempo. Wir attackieren mal hier rein mit unserem Team. Egazi Abrea hängt da hinten dran. Araujo mal mit einer langsamen Attacke. Jetzt wird es hier nochmal steiler. Die Kollegen dahinter haben auch ein bisschen Probleme. So, Kipcamboy versucht das nochmal irgendwie mit drüber zu bekommen. Boah, jetzt fährt Araujo eben genau da in die Parade rein. Budiak geht da auch mit. Jetzt können die Kollegen dahinter auch nicht mehr. Abrea hängt da auch noch irgendwie mit drin. Also, das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. Kipcamboy hat sich da jetzt abgesetzt. Vielleicht gehen wir mal hier in die Gruppe mit rein. Richtung Etappensieg. Wir haben ja hier keine Gesamtwertung oder so zu verteidigen. Deswegen, wenn die Jungs jetzt hier funktionieren, dann würden wir gerne mit euch um den Etappensieg fahren. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Nikyema. So, haben wir auch hinten in der Gruppe. Dann können wir das jetzt alles wieder so ein bisschen einordnen. Matugi bringt alle wieder nach vorne. Araujo ist auch wieder mit am Start. Also, jetzt beruhigt sich hier alles wieder. Fünf Kilometer sind es allerdings nur noch. Bedeutet, wir gehen jetzt mal richtig durch. Schauen wir mal, Matugi. Kipcamboy, der dann den Sprint anfahren müsste. Araujo sollte da jetzt noch nach vorne kommen. Fahr mal nach vorne, Junge, bitte. Das wäre super, wenn er dann nochmal die Sprintanfahrt machen könnte. So, jetzt sind es auch nur noch drei Kilometer. Kipcamboy übernimmt Araujo am Hinterrad. Geht da geradeaus weiter. Und dann vorne ist auch eine Kurve. Araujo kommt jetzt einfach mal. Ist zwar Chaos pur. Nikyema hängt da hinten mit dran. 2,1 Kilometer noch. Kurve. Wir sind in einer sehr, sehr guten Position. Nikyema wird da gerade richtig platt gefahren. Also, da kann uns nur noch die Kurve retten. Aber das Kopfsteinpflaster wird uns killen auf den letzten Metern. Da kommt bestimmt noch einer vorbei. Da kommt Martin Romero. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Da waren wir viel zu früh wieder draußen. Nikyema wird dann Dritter. Und Nekazi Abrea kommt sogar noch auf der 4 rein. Völlig wild. Völlig wild. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber trotzdem. Immerhin haben wir den fetten Erik mal geschlagen. Muss man ja auch erstmal schaffen. Na also, das war der Abschluss in Slowenien. Wir schauen mal, was der Sponsor dazu sagt. Kaum erwähne ich hier den fetten Erik. Schreibt mir Erik bei Discord. Bei Discord. Auf Discord. Dass er genau das Team für mich abgegeben hat. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Es tut mir leid, Erik. Grüße gehen raus. Handherz. Handherz an Erik, der sowieso eigentlich in letzter Zeit immer für mich tippt, weil ich irgendwie keinen Kopf dafür hab. So, Bashiru, Nikyema, Negazi Abrea, Dritter und Vierter. In der Gesamtwertung bleibt's beim sechsten Platz von Negazi Abrea. Wenn wir dort gebremst hätten mit Bashiru, dann hätten wir sogar den fünften Platz noch geholt, wegen der Zeitbonifikation. Aber kein Drama. Ansonsten war es eine okay Rundfahrt von unserer Seite aus. Da hätte ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Ich hätte hier aber auch mit einer etwas stärkeren Konkurrenz gerechnet, um ganz ehrlich zu sein, in Slowenien. Aber Anatoly Budyak holt sich dann den Sieg. Der 26 Jahre alte Ukrainer, der für das malayische Team fährt. Also Glückwunsch geht raus. Der Sponsor sieht zufrieden aus. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Jetzt geht's dann gleich, wie versprochen, zu den Meisterschaften in Burkina Faso. Aber wie gesagt, da ist nur Paul Dome mit am Start. Deswegen können wir das weg simulieren. Ich tippe, dass er das gewinnt. Wenn er jetzt stürzt und verletzt raus ist, dann bin ich echt sauer. Nee, er holt sich das in drei Stunden. Das ist ziemlich sinnlos. Aber gut, es wird, denke ich mal, mehr werden aus Burkina Faso. Gerade auch durch dieses ganze Scouting. Durch den Scouting-Pool. Da bin ich mal gespannt, wie das in ein paar Jahren aussieht. Und man kann hier wirklich so ein bisschen Build a Nation machen. Oder Build a Continent, wie wir das hier ja gerade vorhaben. Sieht erstmal gut aus. Die marokkanischen Meisterschaften, weiß ich nicht, ob wir die jetzt unbedingt mit reinnehmen sollten. Wird wahrscheinlich kompliziert werden gegen dieses komplette Team. Wir sind Favorit, dann simulieren wir es mal. Komm schon, holst du dir, Junge. Ah, sechster Platz. Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Aber ich mag diese Meisterschaften einfach nicht. Wenn nur acht Fahrer dabei sind und sechs sind aus einem Team, dann attackiert der, dann attackiert der, dann der, dann der, dann der. Und man muss immer jede Attacke hinterher fahren. Das macht dann irgendwie auch gar keinen Sinn mehr. Juti, also. Dann mache ich hier mal ein kleines Päuschen. Simuliere mich vielleicht noch ein bisschen durch. Nationale Meisterschaften würden wir auf jeden Fall wieder reingehen. Gerade in Eritrea. Da gibt es ja sehr, sehr viele Fahrer, die da am Start sind. Und auch Algerien sollte gut passen. Und Ruanda. Wir haben dann auch mal hier ein bisschen Luft hinten raus. Ein bisschen zumindest. In Portugal. Das ist nochmal ein Vier-Sterne-Ziel für uns. Das wird wichtig. Ansonsten sieht der Sponsor zufrieden aus. Und wie gesagt, der Grand Prix Grunge, der am 24. Juli kommt, das wäre auch nochmal ein Ziel. Aber mit leicht ansteigender Zielgerade. Normalerweise sollte uns das liegen. Also, dann sage ich Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Etwas Schaum muss sein. Heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Schaum muss weitergehen. Auf Wiedersehen. So sollte ich mich ab jetzt immer verabschieden. Macht's gut. So sollte ich mich ab jetzt machen.